Mit dem Bähne über links, dem Bähne. 1 zu 1 gegen Kroos, dann kommt die Flanke wieder rechts, kommt dann ab der Metzger, direkt nochmal reingegeben, der Ball ist drin, der Ball ist drin, der Ball ist drin und der ist gemacht, Kopfballungeheuer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wunderbare Leistung von Jason Leen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020